ich bin dein vater herzlich willkommen zurück zur harten mutprobe des lorenfahrens von einem mittag bis zum nächsten mittag rund um die uhr spaß pur vielen dank für deinen besuch im lorenland präsentiert von den jonobau mein loren spiel ist hier fortgeschrittener es läuft also ein bisschen anders als von bucket bei diesem spiel wird auf die probe gestellt wie schnell du schießen kannst bist du dabei also beeil dich kurz und schlossen nicht übel schön dann erkläre ich mal die regeln fahre mit der lore und schießt so schnell wie möglich sieben ziele ab natürlich darfst du die lore nicht verlassen gewinnst wenn du die ziele innerhalb von 1 20 abschießt die lore steht dort bereit das ist unser prachtstück die verwendung anderer loren kommt nicht in frage stell die lore am startpunkt auf steig ein und los geht's die erste runde dieses toren loren spiels ist umsonst ich gebe dir sogar ein paar feile aus damit du loslegen kannst noch weitere zehn holzfeile also mach dich bereit und ab in die lore feier frei mit loren dann verfolgen wir die quest mal und stellen diese lore immer schön auf die gleise 1 2 3 wir sind dabei bereit das spiel beginnt warte nur kurz bis die ziele vorbereitet sind das wird aber mal wild los geht's los geht das mini spiel das mini spiel Meine Gute, ey. So. Ha! Kieee! Loll! Wieso ist mein Bogen zerbrochen? Betrug. Ach, du Schande. Sieben Ziele aber noch innerhalb der Zeit, Digga. Aber ich hätte bei 20 Sekunden landen können. Das Ergebnis. Deine Zeit beträgt 51,50. Das war flott. Du bist ja schon durch. Auweia, da habe ich vor Überraschung glatt das Lächeln vergessen. Hier ist dein Preis. Nimm ihn mit deinem Lächeln entgegen. Mehr gibt's nicht. Feuer frei mit Lohren. Du musst echt was drauf haben, wenn du das Spiel meiner Brüder geschafft hast. Als ich dich in der Lohre gesehen habe, kam mir die Idee für einen Kurs, der sogar dich ins Schwitzen bringt. Und zwar an einem besonderen Ort. Auf dem Todesberg. Ich gehe schon mal vor und mache alles bereit. Bis später. Ich wusste es. Alle guten Dinge sind drei Lohren für die Vollprofis, Leute. Kavita hat für das Lohren an einem Todesberg einen extrem schwierigen Kurs entworfen. Kavita teilte dir mit, bei dem Gipfel des Todesbergs auf dich zu warten. Wusste ich. Kavitaat hat für das Lohren an einem Todesberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich glaube, wir sind zu langsam gewesen, oder? Achtung, hier kommt das Ergebnis. Mal sehen, wie viele Ziele du erwischt hast. 17. Hätte ja nie im Leben gedacht, dass du das hinkriegst. Du bist echt für die Lohn geboren. Hier dein Preis. Koronenstoff. Robuster Stoff im Koronenstil. Es scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Wir müssen also bald mal Hateno aufsuchen. Na, gefällst du dem Herrn? Damit sollst du runter nach Südosten zur Färberei in Hateno. Dort zaubert man dir daraus sicher noch was Tolleres. Leurenland wartet jederzeit ungeduldig auf deine Rückkehr. Wir sind dir auch nicht böse, wenn du wieder all unsere Rekorde brichst. Versprochen. Ich möchte mit euch jetzt noch verborgene Feldschmelzquelle. Marsaki. Marsaki sucht nach einer versteckten Thermalquelle. Der Feldschmelzquelle. Es ist bis nach Koronia gereist, um sich an den anderen Thermalquellen umzuhören. Um dort vielleicht etwas über die Lage der Feldschmelzquelle zu erfahren. Zu diesem Zweck möchte er zunächst die Koronenquelle aufsuchen. Als allererstes mal sehe ich dort hinten einen Krog. Dafür müssen wir einfach jetzt ein Feuer machen. Mit einem Feuerstein. Wir brauchen dafür noch ein geeignetes Schwert. Aber hier ist ein Krog in der Brücke drin. Sehr geil, Leute. Hallo, mein Freund. Marsaki. Oh, hallo. Ich dachte, du wärst schon abgereist. Die komischen roten Felsen sind weg und die Koronen nehmen sich wieder ganz normal. Dann kann ich ja jetzt endlich nach der Feldschmelzquelle suchen, neben dem Ziel meiner Reise. Der Feldschmelzquelle. Deinem Blick nach zu urteilen, hast du nichts über die Feldschmelzquelle herausgefunden. Doch das macht nichts. Davon wissen eben nur Eingeweihte. Das macht die Suche hier auch so reizvoll. Daher werde ich alle Thermalquellen aufsuchen, um mich dort unter den Kemalquellen-Kennern umzuhören. Ich sollte wohl mit der Koronenquelle anfangen. Am besten sehe ich mich später nochmal auf der Karte an, wo sie liegt. Hier sind die Koronenquellen. Dem Koron ja selbst. Und... Hier werden wir uns das mal ein bisschen umgucken. Als erstes habe ich, glaube ich, mal Zeitumkehr. Ja... Kressalien für mich. Sprich... Wo fährt der mich jetzt hin? Was ist das für eine Himmelsinsel? Schlucht von El den Himmel. Schlucht von El den Himmelsinsel. Okay. Scheint wohl eine kleinere Himmelsinsel zu sein. Gut zu untersuchen. Ah, ein Konstrukt. Die Funkelfrucht wieder. Verschiedene Farbe. Er sucht mich da hinten, der Dummkopf. Während ich die Truhe hier aufmache. Ein Wille der Weise. Ein Wille der Weise auf Ansage, Digga. Ja, ja, Mann. Verzähl meine Augen hin, an genau dieser Stelle hier, bei der Gerogenquelle. Einen zufälligen Krok. Und da müssen wir einfach nur so einen Cube einfügen. Na, gehst du mal jetzt rein da. Geile. Ein weiterer Krok in diesem Part. Also, nur mal von vorne. Todesberg, Etappe 7, Grundquellen. Heilt jedes Zappelein. Ein Reisender so früh am Morgen. Hier muss sehr viel an heißen Quellen gelegen sein. Aber ich werde nicht zulassen, dass jemand anderes vor mir ins heiße Wasser steigt. Es gibt noch andere heiße Quellen. Aber wenn du mich fragst, ist das Wasser hier am besten. Also natürlich, die Felsschmelzquelle die beste. Aber nun ist der Zugang eingestolzt und der Weg dort versperrt. Die Felsschmelzquelle ist in den Höhlen des Marugo-Tunnels. Südessen ist dieser Quelle gelegen. Und sie ist ein gut gehütetes Geheimnis. Nur Koronen wissen überhaupt, dass es sie gibt. Sie ist ein Gedicht. Die ideale Temperatur, herrlichste Dampfentwicklung, praktische Höhenlage, ha. Doch der Badespaß hat ein Ende, seit der Zugang der Quelle verschüttet worden ist. Die Juno baut derzeit wohl alle Schaufeln voll zu tun. Und ich alleine werde dem Geröll kaum beitkommen. Aber nun ja, hier ist es auch schön. Es labbe mich nicht zu, Digga. Ganz in der Nähe des Marugo-Tunnels, zu dem wir müssen, ist noch ein Krok. Und den werden wir natürlich lösen. Hier oben ist so ein Baumstumpf. Da muss dieser Fels rein. Alter, der fällt auf uns rauf. Dieser Krok ist echt... Komm, ist rein da. Ah ja. Geil, Oma hat noch einer von diesen kleinen Biestern. So, nun sagten sie, der Eingang zum Marugo-Tunnel, der sei eingestürzt. Bro, was machst du hier? Warum fühlte ich nur so wohl hier? Ich bringe dich nicht zu deiner Familie. Ich bringe dich nicht dahin. Ich töte dich. Wir sind beim Marugo-Tunnel. Und ein paar Fledermäuse sind jetzt hier. Okay, 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 okay. Wir brauchen Kleidung. Entsprechende Kleidung. Hölzene Ausrüstung fängt in solchen Umgebungen an zu brennen. Wir haben 67 Samen. So, komm mal her, Bro. Weg ist frei. So können wir jetzt immer unseren Weg frei kämpfen. Oh, jetzt ist der Weg frei. Nice. So, da gibt es jetzt mehrere Wege. Ähm, Felsen-Klettere. Ja, und warum lädt er sich so langsam auf, dieser Knecht? Äh, dich auf. So, jetzt aber hier. Wir haben es rüber geschafft. Bisschen Leuchtsteine abbauen. Von denen haben wir jetzt schon 58 Stück. Für die Kleidungsverbesserung brauchen wir die nämlich. Was ist hier drin? Ein antiker Dolch. Die sind gut und wertvoll. Und los geht's. Wo ist er hin? Hä? Lol. Auf jeden Fall ist der Weg jetzt frei. Wir haben das Gestein mit, was hier frei geworden ist. Und hier ist die Quelle. Unglaublich. Es besteht überhaupt kein Zweifel. Das hier ist die Fake-Schmelzquelle. Ich hätte gehört, dass der Zugang eingeschützt ist und niemand mehr hineingelangt. Sieht geil aus, Alter. Ah, tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du das hier freigeräumt? Ich hab ein lautes Geräusch gehört und bin neugierig geworden. Dank dir ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Tut mir leid, dass ich dir die ganze harte Arbeit überlassen habe. Doch es gibt da etwas, das ich dir unbedingt tun wollte. Wenn du mich für einen Moment entschuldigen würdest. Ah, die Temperatur ist perfekt. Und was macht er da bitte? Ah, köstlich. Was tut er da? Ah, ja, so hatte ich mir das perfekte Thermalquellen-Ei vorgestellt. Oh, hatte ich fast vergessen, das zu erwähnen? Der Grund, aus dem ich nach dieser Quelle gesucht habe, war, dass ich ein Ei in meiner Thermalquelle kochen wollte. Und wenn du nicht den Weg freigemacht hättest, hätte ich sie niemals gefunden. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. 100 Rubinat, es lohnt sich für die, die pleite sind. Ha, 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 ha. Wir haben ja einen Glitch gemacht. Wenn du mich nun entschuldigen würdest. Ah, jetzt ist er nackig. Toll, die besten Thermalquellen-Eier in der Welt. Die besten Thermalquelle. Noch besser wird's nicht. Ich teile die Eier gerne mit dir, wenn du magst. Kannst du dir welche nehmen? Verborgene Schmelzquelle geschafft. Gekochtes Ei. Ich nehme einfach alle. Nice, Leute, nice. So, und hier geht's weiter. Hier ist der kleine Goblin da oben. Ja, moin, mein Freund. Feuerpfeile gefällig. Gib mir dein Signum. Und damit wäre diese Hülle abgeschlossen. Und tschüss. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei Zelda Tears of the Kingdom. Das war's. Ja, 1973 ist. Vielen Dank.